Dass ich so ein Glück hatte, so ein großes Glück und dass alles so schnell gegangen ist, ich habe das nicht wahrgenommen oder nicht irgendwie emotional verspürt. Also ich habe auf den Bildschirm geguckt und dann rutschte er eben ab und war auf dem Boden und war vom Stuhl runtergerutscht. Dann habe ich gedacht, was ist denn nun? Habe ich halt kurz nachgedacht, also wirklich ganz kurz, was ich mache und habe den Krankenwagen angerufen und den gesagt, was mein Verdacht ist, eben Schlaganfall. Und dann haben sie ihn ja auch gleich in das richtige Krankenhaus gebracht. Der Becker hatte einen schweren Schlaganfall auf der rechten Hirnseite. Die mittlere Hirnarterie war verschlossen und wir haben sehr schnell eine Diagnostik durchgeführt, die uns zeigte, wo der Verschluss ist. Woran ich mich entsinne, ist, dass ich in dem Gang auf dem Bett lag und das London T-Shirt, was ich anhatte, das hat man mir zerschnitten. Auf jeden Fall ging dann alles so schnell. Wir werden sie gleich operieren. Wir haben in St. Georg die Möglichkeit, eine sehr schnelle, hochmoderne Diagnostik des Gehirns des betroffenen Patienten durchzuführen. Und die modernen Kathedersysteme geben uns sozusagen die Möglichkeit, an die Hand mit sehr breiten Absaugkathedern an das Blutgerinnsel heranzukommen und dies halt dann zu entfernen. Ich denke, ich hatte eine ganze Menge Glück gehabt. Zumindest jetzt bei diesem Vorfall. Ich bin dankbar, dass ich Kollegen habe, die so schnell und so fix reagiert haben und auch den Ernst der Situation erkannt haben, klar.